hallo und herzlich willkommen zurück hier ist christoph d86 es gibt eine neue cheat methode wie er ganz schnell 100.000 euro pro stunde entschieden da gibt es ein mod den zeige ich euch jetzt mal und zwar ist er hier regierungssubventionierung den habe ich jetzt gerade installiert herunterkleid installiert dann macht dann geht ihr auf karriere macht neuer spielstand auf jemand auf neuer farmer beispielsweise egal welcher map ich nehme die hier charakter ist auch egal die könnte dann selbst erstellen dann müsste den noch aktivieren der ist bei mir schon aktiviert wenn ich ihn finde der ist hier also der mod als regierungssubventionierung geht ja gerade auf x dass das spiel startet beziehungsweise die map dauert hat ein kleines bisschen also ich bin jetzt mal auf leicht gegangen auf mittel geht es auf schwer ob es aufs schwer geht weiß ich nicht aber auf mittel geht es ich habe es vor kurz ausprobiert also das ist eine ganz ganz leichter moneycheat so ähnlich wie so eine moneycheat box polos etwas besser bei der alten moneycheat habt ihr ja 10.000 euro pro stunde gekriegt mit dem steht 100.000 euro pro stunde ich weiß halt wie viele schilder man da aufstelle kann das probieren jetzt mal zusammen wenn mal die map page geladen hat ja das wissen wir schon jetzt gehen wir gerade in das kaufmenü hier geht auf diverses und ganz dahinter kommt es dann hier das ist dann das regierungssubventionierung kostet euch kein geld ist kostenlos das platzieren jetzt ganz einfach mal aber ist eigentlich egal hierhin können noch eins hinsetzen noch eins und noch eins und noch eins ich habe jetzt hier die die schilder aufgestellt dann tun wir ein bisschen die zeit ein bisschen vorspulen und da braucht ihr den multiplayer zu gehen braucht auch kein multiplayer spiel zu starten ihr könnt das alles im single player machen ganz einfach jetzt sind wir noch bei 100.000 und schwupps aber 800.000 800.000 euro kriegt ihn auf einer stunde das war's hiermit ich wollte euch nur den moneycheat mod hier präsentieren ist also ganz einfach könnt ihr gerade schilder setzen kostet euch gar nix ja danke dass ihr dabei gewesen seid denkt ein an ein abo daumen nach oben bieten bis zum nächsten mal tschüss euer christoph d86